Aus dir wird sowieso nichts. Das ist ein Satz, der total entmutigend ist. Es ist sehr entmutigend, wenn die Mädchen mit Vorschlägen bombardiert werden, mach doch mal dieses oder jenes und streng dich ein bisschen mehr an und vor allen Dingen stell dich nicht so an. Viel wichtiger als entmutigen oder was man sozusagen vermeiden sollte, ist natürlich Mut zu machen. Und Mut macht man dadurch, indem man an ein Mädchen glaubt, an ein Kind glaubt, indem man an die Stärken des Kindes glaubt und auch sich traut, mit den Mädchen gemeinsam ganz kleinschrittig Stärken zu entdecken und zu entwickeln.